Leute guckt euch meine Haare an, made by Theor und guckt euch mal dieses Zimmer an, das ist noch unaufgeräumter als mein anderes Zimmer. So, wir sind in diesem Hotel. Das lustige ist, ich habe hier schon achtmal verlaufen, jetzt gerade suche ich wieder Jana, aber ich werde es empfehlen. Das ist echt abgefahren. Nein, nein, ich wollte jemanden sagen. Das ist ein Mann. 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 Das ist ein Mann.